mein finger ist am zucken für die nächsten persönlicher befehl zehn feinde mit der waffe einmal panzerabwehr das ist auch hier was kaufen können wir glaube ich haben wir so mission hier generalbefehl befehlt über sich vor rieb freien und sagen freien müssen befreit werden ja dann aber nicht ja ja sagen müssen wir freuen sehr gern prime oder einnahme verledigt anscheinend wo sind sagen prime ist ja nicht irgendwie hat allgemein hier das ganze ding und wir alle machen schon da kann man doch gar nicht hin sehr ganz frei warum kann man da noch nicht hin level 43 ok deswegen wahrscheinlich der nivel 43 so ist der panel immer nach ausschauen diese welt benötigt ihren gerechtigkeit sind und sie ein angenehmer aus als wo wir gerade waren ich weiß nicht ob wir irgendwie aber gehen wir nicht auf mittel obwohl das ist auf mittel dass ich gerade nehmen wir mal auf der leggebe auf normal leicht war dann wir hier operations stadt beseitige strategisch alle hindernisse aber da ist schon einer also gehen wir mal hier in dem schaden noch hier diesmal sollten wir vielleicht nicht direkt ins nest reinspringen wir sind gesprungen alleine beide synchronen fast das wäre wenn wir hier landen anstatt anstatt direkt also ich geht ein zeigt auf die vierke und dann kannst du mal auswählen ja offensiv vorrat defensiv ich merke also die ganzen dinger die wir genau ich habe geschützt kann ich so am ende dann hinstellen wenn wir irgendwie da verschwinden wir dann so allein mal dreck nicht direkt ins nest und da ist ja auch wenn er irgendwie wiederbelebt wird dann kannst du auf andere spieler landen ausgezeichnet v1 d2 steht bei mir bevor wir anfangen ich war mal mein maschinengewehr schon mal rausholen direkt wir lernen dazu wir tun schon mal vor allem und zwar bei hätten das haben wir sind eine waffe die irgendwie spawnen kannst so jetzt habe ich direkt mein maschinengewehr 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 5 6 was dann ein ei oder so nach ihren typen granate dahinten aber wir lassen das ein auge auf diesen automat sterben sterben interagieren die glüh übernehmen ist erloschen können wir uns ja wissen aneignen ohne strom ist dieser getränke automaten nicht mehr als eine lebe so eine weitere unschuldiges opfer der tyrannei noch bessere bekommen irgendwann eine karte wir müssen da lang aber wir müssen schon wieder zerstören sich gehört sind schon ein paar man weiß was ich jetzt hier mache oder selbst so wieder hat so ich habe es weggeschmissen nachdem ich nachgeladen granate zum muss man gerade wie kann es explodiert ein bisschen sollte leute ein bisschen zurück ich glaube das spaß an dem bleiben ja der war schwer gepanzert stand da gerade das war ja weg ja ich gesehen wie viele leute alles für unseren wohlstand ja du denkst du ihn ab ich weiß nicht so ein paar von den gewähren sag ich kurz gedrückt halten dann kann ich zu meinem maschinengewehr platziert erwarten ich verletze was man suchen kann oder in seiner welche stelle hat stirbt du schwein stirbt so nachschub habe ich gehört irgendwo wo ich dann ein paar spitzen nämlich so da müssen wir eine eier kaputt haben die dinger mit der pistole das wäre dieses blöde so man ja irgendwie klick ja das gefällt mir überhaupt nicht da ist ein nächster ja 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 ganz ruhig kollege doch irgendwo so ein blödes bin schon dabei haben wir da weg da ist noch ein wird auch direkt es war zugestopft haben wir sehen wie du die abgelenkt hast also bin ich mal dahin erstes ziel abgeschlossenen sondern der andere ist natürlich wieder vollkommen am anderen und dann immer droht ist da auf der karte ich bin voll mit blut überströmt keine pistole mit so und ich glaube ich du gleich meinen nachschubding mal platzieren überlegt hat hier noch näher mal noch gar nicht okay das ist immer falsch da lang es macht einfach voll wegwerfen ja da ich tue die ganze nachladen ich sehe ja die ganze zeit sind hier von verdächtig aus ist hier wird eine höhle oder die sollten das sieht so verdächtig aus hier ich würde mich mal naja ist nix und gedacht vielleicht ist ja was geheimnis also ach das ding da ist verstehe ich jetzt wie die munition funktioniert das magazin das ist irgendwie so dieser balken da links neben der ja ich denke mal ich habe drei von sieben schuss da geht auch gar nicht funktionierten da beim mg ja dann ist dieser balken da auf der linken sei ich habe schon die ganze zeit gewundert wie hat da funktioniert ja irgendwie schon aber hier sind immer gegner auf eine menge gegner karte sie sind hier also löcher da sind da sind nester ich gehe auf der linke du auch das rechte ich habe keine ich habe keine granaten du musst beide machen nein warte mal hier sonne ich war nachschub dingen platzieren immer durch mal wie sowieso ein paar schritten ich sagte er wäre schon gesprungen da einmal kurz weg gehen leute ich weiß ob das gereicht hat ja jetzt habe ich habe schon wieder eine granate ist ja noch ein netter wo ja schweine kann sich auch bedienen wenn die welt sind noch zwei übrig zeit war ein orbital strike durch machen wir eine menge gegner sich gerade zeit meiner im g rausholen eine menge jeder der magazin ist leer ich wollte ja nur mal sagen ich muss so lange nachleihen mit dem ding entschuldige mich einmal mit da kommt dann noch hört dass er nie auf der lebt noch aber ich habe noch eine geschwissen sowohl ist das nächste ist der neue wundern lässt ihr stücke wenn sind die eier ich spiele schon voraus ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich bin mir aber nicht sicher recht von dir recht von dir ich bin mir weggeteilt ich bin weggeteilt Spritze du kannst ja die Freiheit schläft nie ja du kannst ja auch einen anderen spieler die spritze geben ja hinter uns Daniel hinter uns nur nur war was die blöde neuer kaputt nur 1 irgendwo noch da so ist weg aber so merken weit weg und dann müssen hier nein nein deswegen habe ich gedacht vielleicht ist irgendwas was auch so eine granate ich habe nur eine so nein hat nicht mal gemacht krass weißt du was denn der 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 und nicht davor ich habe geschützt passiert sind vorräte formulieren ja ich bin ein bisschen umzingelt hier gerade aus dem weg leute muss man geschützt ist dann schon weg gewählt gesichert ja hinter der kann man geschützt hat mich so lange ausgehalten irgendwie hinter uns da kann da hinten kommt auch eine welle irgendwo ich mache nachschub hier im platten ich habe schon nachschub ich mache das ja schon was hier mit den dingern kann ja ruhig zwei nehmen er sind vier länger ich nehme mir mal zwei ich versuche mal ob ich das hier zu machen kann ich will das marting jetzt ich habe ja ich habe jetzt gerade doch zugegangen anscheinend okay weiter text da lang müssen wir dahin verdammt ich bin nicht nach einem granatenwurf direkt wieder zur waffe zurück wechseln ich habe mir mal eine zweite granate ausgesehen ich bin nicht nach dem buch ich mache das auch immer deine ich mache das auch immer deine ich mach das auch immer deine ich mache das ganz dir seite wird sprung aber ihr stücke ja schon auf dem bück da sind auch noch welche wir wollen doch nur nach hause geht zum blauen strahl aber ich bin da schon wieder explodiert wenn der nachschub platzieren könnte es wäre sehr gut gleich irgendwo ich platziere mal mein geschütz hier hin und kann sich schon mal in der mitte gegen ich mein eingang hier blockieren ich will aber den werfen wir da ich tue mein geschützt sein platzieren dann kommt von der seite hoffentlich keine mehr aktivieren und jetzt mein geschäft am ballern war mein geschäft zusammen war ja ja ich war mein maschinengewehr so mein geschützt ist schon wieder kaputt wie es hat schon wer verriert ich habe ja die motion schon wieder nachgeführt davon kommt dann noch welche sonst pack ich da unten links sind ein orbital strike oder so kommen wir davon da und dann immer weg da okay das ist natürlich als beim letzten mal hier aber wir haben das ding nach kaputt gemacht nein nein da schaffen wir locker ein dickes mg ich glaube wir haben es geschafft aus dem weg leute aus dem weg granaten 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 zeit nach hause zu gehen und leuten für uns auf freiheit zu berichten jetzt kommen sie von da ist klar meiner noch viel einfacher diesmal jetzt wo wir wissen wie wir den dreh raushaben neben der lebensweise verteidigt schon sie sie haben kenne getötet war es wert kenne getötet da seht ihr für die ganzen ausposten hat weil er gerade gemacht haben wir auch noch erfahrungspunkte und geld habe ich gerade gesehen wenn wir die außenposten dieses eine wo wir die zwei dinger da kaputt machen mussten auch noch geld und erfahrungspunkte und so anscheinend so trubwirkung 1 aber wir haben wir haben 0,000 1 prozent wir wirken einen unterschied in der galaxie wir müssen beide mal anders aussehen wir sind gar nicht gestorben ja aufgefallen taktik ausrüstung ich guck mal gerade maschinengewehr sniper gewehr maschinengewehr finde ich ehrlich gesagt nicht so dolle die anderen kosten aber so viel kostet alles so viel vorratspaket rucksack plus einen rucksack da kann jemand so ein rucksack tragen cool für mich bei taktik ausrüstung techniker stationen wo deine mien sind darunter einer dann sind rucksack tragen mit munition kannst du den anderen munition geben aber immer noch nichts an neuen waffen und so wenn sie eure kinder heute noch an und dabei noch hier da steht auch welches level du brauchst um die freis zu schalten ja ok da steht auch drunter verfügbar auf level 5 oh level 5 kriegen wir eine laser kanone brandminen oh das klingt super ah ein schild generator die kippe auf level 10 das ist wie bei halo also ein schild kriegen können wir dann machen das ist aber mehr was gegen gegner die zurückschießen weiße nicht gegen die insekten ich hab für nichts geld muss man auch gründen ich gehe schon mal zum nächsten dingen nach der polit war noch ein bisschen angenehmer fand ich das wieder hellmeyer aber dieser trimsiker waren wir da schon befeierungs kampagne fort prime und sergen primal kann man auch gar nicht machen aber hier noch epsilon phoenix eliminiert zehn leute mit einer anti trans abwehr ist ein so schönes vermessen ja ja ok tschuldigung ich hab's ah ok so saugere Apfelringe mhm ja den kann ich auch ja ich weiß den hast du vom tisch gegessen da weiß ich noch daniel das war echt eklig und dann gehen wir mal auf mittel gucken alles klar ich werde am lautesten schrei hat er meine die forst aus eisen und die forst aus stahl sind aus dem weg gut gemacht herr driver diese operation wird die rettung des planeten finde eliminäre finder und eliminieren den stürmer 40 minuten nehmen wir mal datieren diese proben sind diese grünen dinger da diese währung diese grüne währung die war für sprung abgeschossen oder nicht so orbital stehe kauf für für schiff upgrades zu kaufen ja weil ich mich über meinen plästischen controller hörst das mikrofon ok also unsere hier ist schon mal überall rot also sehen wir gehen wir aber irgendwo anders hin ich nehme an die roten punkte sind halt wo gegner sind da nehme ich meine drei dinger hier über bürger und kadett ja wir tun uns immer zur gleichen zeit am kopf katzen ja 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 ich weiß nicht wo du bist ich weiß nicht wo du bist ja ich weiß nicht wo du bist so ja erst einmal ich tue wieder mal ich tue wieder mal mein mein maschinengewehr erstmal sporn was ist da alles los so da okay das ist irgendwie welche von denen bin ich der da ist denn ich ist das gebiet ich glaube ja ich glaube schon mal irgendwann mal so ein sniper gewähr damit ich irgendwie ja so mal ran suchen kann wenn wir schon mal sehen können was uns erwartet ja ist ja meine sehenswürdigkeit kann das ist eine kleine sehenswürdigkeit wo wir hier sind ja gut ja du auch ein paar mal freund ich glaube ein bisschen ist das mal gucken das irgendwann am blinken ich salottiere von dem linken flammenwerfer wird zum flammenwerfer ich habe keinen platz der ersatz keiner dabei waffen glaube ich dann kriegst du noch dazu da musst du direkt gedrückt halten da kannst du darauf wechseln glaube ich das ist so funktioniert manchmal geschiehen wir auf jeden fall wenn ihr legt über die munition übrigens kasten bier democracy kraft bitte bedienen sie keine schweren maschinen werden sie dieses getränk konsum munition ist hierbei also der flammenwerfer nämlich waren bei jörd dingen also zu not jetzt wenn er will also maschinengewehr ist gut ich krieg nur halt durch diese diese pecs hier ja da der richtung sind gegner ich sehe nichts ich sehe nicht wir haben uns wahrscheinlich auch noch nicht gesehen aber da kommen sie die ging hat den hügel auf oder man stellt steht ist eigentlich nein ich will eigentlich nicht dann gewöhnt sein weil ein lapelett war auch immer so dass wir immer wenn der horde kam irgendwie irgendwo hingesetzt in der ecke und dass er erstmal abgekleidet bevor du weiter gegangen bist eigentlich müsste ich das schon drauf haben also nicht hier sind was ich komme da nicht dran gewöhnliche probe so beide ok nehme ich mal an ist noch eine noch eine da steht auch drei von 18 18 18 nehmen wir sind 18 wir brauchen wir für unsere schiff upgrades glaube ich da recht sehe ich ganz viel irgendwie um blinken oh gott ich glaube da ist irgendwo ein netz mal gucken ich sehe auch schon das nest ich versuche mal eine granate da rein da sind außen bossen nein ich habe nicht erwischt ich gehe mal weil ich jetzt der linker rechte okay das noch ein ja schon will ich getroffen geht kaputt du blödsdenk ja ich krieg dir nicht kaputt ich habe die dinger nicht die kann mit noch nicht da weiß ich auch nicht wo bist du da kann ich dich irgendwie wieder blieben mein so eine geht gar nicht nicht müsste ich wieder aus aber was hat er ich habe eine probe gefunden anscheinend ach da bist du ich habe nicht überlebe ja ich glaube nicht dass ich das überlebe und mann da bist du da also ich kann nicht gar nicht so so wieder also ich kann nicht gar nicht so ich kann nicht irgendwie so wiederbeleben so wenn man wohnen liegt nein liegt er nicht nur irgendwo hier er blöden viecher ich mache ich auch keine kanaden mehr ich tue mal nachschub hier im platzieren ich baue auch gott einen sind welche erlaubt er mein ding rein ja ich glaube ich habe einige damit erledigt jetzt noch an die munition dran kommen würde wäre super nicht so nah nicht so nah so wie eliminiert du hast mich verboten auf geburtstag stück gewusst hat dass wir deswegen schon extra weggegangen hat er mich trotzdem bloß wo sind meine proben hier und da ist mein maschine irgendwo da habe ich meinen dings platziert mein meine position und so man ist natürlich der liberator durch hat sie waffe liberator okay so habe ich voll also ich nehme mir mal zwei ich würde ich soll sie lieber auch immer zwei nehmen da sind ja mal vier ja aber da sind ja mal vier und dann du sagst ja nicht alle mit mir weil ich nehme mal zwei also sonst ja müssen auch zwei nehmen da sind vier und ich nehme mir mal zwei also kannst du ja auch zwei nehmen also halb aufgeteilt so oder richtig genau da sind auch jener ja ja da müssen da gelandet habe ich da gar nicht geworfen also ja ich habe eine probe gefunden cool ich habe hier gefunden also machen stürmer eliminieren das ist ja so ein gebiet irgendwie auch noch eine probe ich komme und ich bringe meine maschinen tot ist noch einer ist noch einer mein kopf warum geht meine irgendwas ist hier irgendwas müssen wir machen was noch nicht gegner da kommen noch welche kommen da irgendwie nicht runter da haben wir jetzt mal jetzt irgendein gebiet die hohen stunden im gange ja was soll man dagegen machen gott was ist da hinten ja dann gehen wir mal ein bisschen zurück habe ich gemerkt kam irgendwie so ein zeichen gemacht schießt auf dem herrnischen aufschlag hatte ich könnte ich von hinten kollega ja ja ich nehme an wir sind außerhalb von dem wegen oder aber allerdings kann ich nach land ich muss ja ich muss ja weg direkt ein stück noch hat natürlich du willst du dich das ding ist hinter mir aber der hat mich weggekickt auch gott ich glaube du bist auch da ne leute geht doch mal weg geht doch mal irgendwo da irgendwo da habe ich dich hingeworfen ja ist egal ich wollte auf den gegner landen ja ist doch kaputt muss ja ganz dicke ich habe im orbital schlag auf mit denen seinen namen ja und da ist er hat sich dafür ist er so war das soll gar nicht sein was du da oder was oder was oh okay dreh dich um kollegern schöner wenden für eine blöcke aber aber ja wir haben wir gerade beschäftigt wo kommst du wenn er dazu aus den kisten rausgebundet aber ich bin so was betont ich bin so weit runter getaubt bevor ich freke unten recht ich tue ich mal ein bisschen ich wollte eigentlich dahin gehen und ein zuerst da ja kaputt bevor ich noch sterbe ich glaube ich treffe aber auch für hölle auf erden aber aber meine ganzen proben ja wir sind ja für hölle auf erden auf einmal muss man dicke ich weiß ich bin viel zu weit irgendwie greift irgendwie ich bei da selber zu tode gedacht ach ja ich auch wo ist der decke nein den schon mal kaputt ich sehe wegen dem licht gar nicht ja ich mache ja schon die nette stehe der leute aber dann einige erwischt oh gott ich habe ein ding da geradezu gemacht hier was haben wir mal die dinge diese ganz hellen dinge nehme ich mal ich brauche ich brauche vorräte kaputt muss man kaputt ich weiß ja nicht jetzt mal maschinengewehr da bin ich den sehen dann bringt er mich um da unten ist er jetzt auf der karte markiert ich sehe da was auf der karte jedenfalls ich habe gott oder da bringt er mich um das hat er nicht getroffen angst hat ich bin außen aus dem weg gedeifet wenn der weg du wirst wieder aufstehen noch ein bisschen zu schwer anscheinend dieser dicke dicke gibt es doch nicht hat er so erwartet ich habe mittler ist nicht anscheinend aber wenn du einmal von irgendwas verfolgt wird da kommst du nicht mehr raus ich konnte nicht schießen mein gott steht auf dem wenn da auf mich los geht wird natürlich bin ich mit so ein eingelaufen ja aber ich bin tot ab ging zeit verstärkung anscheinend 30 sekunden das ist man nur noch ein erleben jetzt wird man noch ein erledigt da geht er manchmal so viel ab ja einmal bitte wieder blieben danke haben sie mich trotzdem auch extra wieder beleben das ganze noch mal in 15 minuten dann auch überleben ja damit so ist dieser weiße punkte eine ferne ist hat eine markierung also das ist ja bei mir ist das so ein blaues zeichen da wenn wir gehen in die richtige richtung wir gehen aber mitten in das feindgebiet rein also ich glaube nicht dass das was wir schauen ja wir haben nur noch 14 minuten ja das ist mir noch beim ersten mal hier erledigen und dann war es ne muss man es auf den konzentrieren war der datei also anderes jetzt ein schalte immer cooles nein ok 100 proben deswegen habe ich habe geschossen primär in der nähe wo kochen zeit ein bisschen anstrengend jetzt doch wenn wir nicht schließlich hier ich kriege die dinge getroffen aber warum so viel schaden ich habe kollege möchte nicht verbrennen ist ja was hat denn hier im gegen hat man doch bestimmt gebraucht gegen den typen oder hier ich habe irgendwas reingeladen gerade aber da kommen gegner ja ich habe ein skater eingepackt hier vorne ist so ein schlitz doch ich wollte gerade ein ding so einpacken und damit erledigen somit ein schluss aber natürlich gut wenn wir in der nähe anschauen nicht erst mal munition einpacken ich habe auch reingepackt oder drei dinger sind da drin so ist wie das spiel funktioniert ich mache ihr nachschub im packen ich habe mich dann dran kommen könnte lauf doch schnell und kommunikation mit den zerstörer herzustellen auch immer das bedeutet station und neigung anpassen ich habe ich habe ich habe ich habe ich bin ja schon am nachland verwaltung der verlängten demokratie ich habe noch verstärkung geworfen wo ich gestorben bin da er ist noch ein aber ich würde mich nicht machen muss der gegner gegner kommen glaube ich hinter der gegner muss man die signalstärke erhöhen aber ich weiß nicht wie eine prozent gegner wir sind noch im lernprozess hier müssen hat noch lernen es geht ja nicht immer nur uns gewinnen es geht hier um demokratie so sehen noch zu erledigen keine sorge in einer minute kann ich wieder und dann ist alles okay da machen wir eben auch niedrig nächsten wir müssen wo der ist stück ich muss mal nur den typen kurz schnell finden der soll irgendwo hier sein anscheinend und da sind wir gekommen oder hier sieht verdächtig aus wieder so viele leuchten also ja ich glaube hier sei irgendwann ich habe meinen orbitals schlag oh mein gott ich bin schon wieder tot was wir hatten gemacht dann rein wenn zur evakuierungszone ich kann die karte ja nicht aufrufen ja ich auch nicht du hast keine mutter wohin dann zur freiheit naja sage ich stadt mir die nahe wo land ich ein jahr ich habe einfach so ob gott ist das weit es hat überhaupt ich weiß auch nicht wir sind hier sind so viele sachen gerade auf der karte der orange zeichnet mit dem pfeil nach oben nehme ich war eine warte ist da nicht wenn sie mir daher okay naja sind gegner um weg aber aber nie magazin der weil die wieder auch genau so schnell sich wenn wenn ja kein ausdauer mehr demokratie rückendeckung geben etwas war gut nach einer war nicht so und ich kann beim zeitlich wird da wahrscheinlich nicht mehr klappen wir müssen ja immer noch eine minute gehen niemals die hoffnung auf ich habe die adlerbombe auf dem das ist eine 500 kilogramm bombe da hat den grundschottet dass wir dort den geschützt aufstellen meine mitte geschützt aufgestellt machen sie uns heraus naja dauert ja länger als wir noch zeit haben kommt eine verlängerung vorräte aber in dem geschäft geschützt wird ja schön abschließen ausgezeichnet das ist so lange die spritzen da kommen sie aus dem weg leute war war 6 über querungsstattel unterwegs okay überlebt na na wir kriegen noch punkte cool voller erfolg beschämendes verhalten ihr könnt ihr es wagen ja gut wir sind schon leute also ich habe eine siegesfaust gemacht also ja war nicht gut zu beeindruckt von